Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play MyCraft Together! Ja, mit mir und Christian. Ja, ich hab jetzt angefangen auf meinen Laptop zu Let's Play, dann mal mit Toshiba, voll Geilo und so. Und wir haben noch... Wie man auch hört, keine MyCraft Playlist an. Ach, stimmt, ja. Ja, das ist aber klar. Irgendwas vergisst der noch. Ja, ich will... Ich hatte jetzt einfach noch nicht die Nervzung gehabt, die MyCraft Playlist, um mal ganz neu zu machen. Ja, ich hab den jetzt erst vor ein paar Tagen gekriegt, deswegen, ich musste erst mal so eine Up-to-Date-Miste machen, die ich sowieso nicht befolgt habe. Ich hab das eh mal gemacht, wie ich will. Wir haben auch einen Mods jetzt drauf, den Timber Mod? Ist das, ja? Ja. Ich glaube nicht, dass du den jetzt drauf gemacht hast, weil... Doch hab ich! Ich hab den drauf. Ready? Okay, dann... Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt 1.3.2 schon raus ist. Auf jeden Fall spielen wir jetzt schon damit. Ich meine, das ist erst ab heute rausgekommen, aber... Ja, aber wir haben jetzt auch... Wie lange? So eine Woche nicht mehr gespielt. Und ich gehe davon aus, dass es nur Bugs fixes waren. Ja, ja. Dann können wir zumindest Zaun mal machen, um hier den Weg ein bisschen... naja... Was soll man sagen? Ist ein bisschen un... Ist ein bisschen unsicher. Hm. Kohle brauchen wir auch nicht. Wir können auch mit Setzdingern ein Holz anzünden. Hm. Oh, da steht einer gewachsen. Ja, also Mamutbaum ist das mal gut, ne? Dafür. Boah. Mamutbaum ist am besten, finde ich, mit dem Timber Mod. Timber Mod, ja. Sonst sind die voll nervig. Ja. Auf den hab ich extra drauf getan, damit wir jetzt, ähm... Ich... Du hattest noch zwei Brot. Hä? Du hattest hier doch in der Kiste, glaub ich, items gelagert, oder ist denn das mal eine? Ja, das war mein. Ja, mein ich doch. Und das noch zwei Brot. Wann hast du denn eigentlich Oktopusse gekillt? Ähm... Keine Ahnung. Irgendwann. Irgendwann... Irgendwann ist jeder mal dran. Wir könnten Zaun bauen, um unseren einem Steg, also diesen Cobblestone-Steg, und zu verbessern. Welchen Cobblestone-Steg? Auf den... Welchen? Den... Ach. Ich wollte jetzt mit umbearbeitetes Holz schon, ähm... Stegs machen. Ja. Das ist schlimm. Ja. Ich kann auch mit zwei... Da wir ja jetzt keinen Holzmangel haben werden, einfach mit 64er Stegs arbeiten. Ja. Ein bisschen was behalte ich auch. Ein bisschen Holzkohle oder sowas. Ach, brauchen wir nicht. Wir können auch Setzding verbraten. Nein. Ja, stimmt eigentlich. Jetzt habe ich zwei 64er Stegs Zaun. Wir müssen aber später mal die Bomblattasch erweitern. Ja. Schweinefahren. Schweinefahren haben wir auch. So ist das... Nein! Nein! Nur man sollte nicht unbedingt runterspringen. Weil dann... passiert sowas. Und ich war noch auf so'n... auf so'n Punkt drauf, aber dann bin ich trotzdem noch runtergesprungen. Ah. Das war irgendwie was geflext gerade. Warum bist du denn runtergefallen? Ich hab auf einmal nach oben geguckt. Also auf einmal leckten. Also bei mir geleckten habe ich irgendwie nach oben geguckt und dann bin ich weitergegangen. Sollte vielleicht auch mein Internet ausmachen. Und ich hab vorher noch meinen Winter auf die Kiste genommen. Das ist super. Super. Wir sind alle stolz auf dich. Ja. Ich auch so. Boah, die Musik ist immer noch zu laut. Boah, ich mach die immer noch stummer. Ja, aus Versehen. Ich glaub, ich hör dich mal kurz über Kopfhörer dann. Ja, ist besser. Da dröhnt die Musik nicht so. Okay. So'n unterirdischen Weg gehen. Ah, da ist ein drin. Ach, durch die Kohle. Nächster Versuch, ne? Gut. Ich weiß ja, wie man's macht. Einfach eine Axt machen und dann, ähm, bloß abholzen. Ich meinte eigentlich, nächster Versuch beim Überleben. Ach, Einer Weg. Hm. Was hältst du? Ein Dreierweg mit Schwebezaun oder ein Einerweg und dazwischenzaun? Hm? Warum? Was? Wir haben ja einen Dreierweg Cobblestone gebaut. Zu der Lavaquelle. Wo meinst du? Welcher Lavaquelle? Wo wir in der letzten Folge uns doch noch die Lava geholt haben fürs Portal. Was war das denn? Bei der Baumplantage, die Brücke lang. Den unteren Weg. Gott. Was? Ach. Hier. Oh. Ja, ja. Was? Was? Ähm. Ihr macht doch einen Dreierweg mit Cobblestone. Ja, einen Dreierweg mit Cobblestone? Mit Schwebezaun oder nur? Ähm. Auch ein Dreierweg, aber... Hier. Wenn, baue ich den Zaun hierhin. Ja. Ja. Oder er schwebt in der Luft. Nein. Jetzt habe ich den Zaun, glaube ich, verloren. Oder? Na, nee. Na, ist geklappt. Äh, dann mache ich hier einen Einerweg hin. So. André, warte! Hi, Creeper! Bau weiter. Du kannst jetzt einfach geradeaus durchbauen. Ich bin Spanner. Ich habe jetzt für dich die Sicherheit gebaut. Das ist gut. Bei einfach einer Logik dürftest du nicht runterfallen. Außer du gehst links oder rechts. Ich habe keine Zäune mehr. Ach, ja. Ach, Bullshit. Hier. Hier muss ich... Bei den Treppen ist das scheiße. Da muss ich Cobblestone anleitern. Grrr. Okay. Ich habe keine... Warum machst du hier einen Doppelzaun hin? Ja, habe ich aus Versehen gemacht. Hier, nimm ne Axt. Du weißt ja, beim Timber-Mod gehen die Äxte nicht kaputt, solange man immer nur auf Holz drauf prügelt. Ja, I know. Für unsere Zuschauer, dass die das auch wissen, ist zwar irgendwie doof, aber... Ja. Meistens passiert uns das eh, dass wir... Dass wir auf irgendwas auf anderes kloppen. Ja. Achso. Ne, falsch. Ich meine, Horstkenntnisse. Mamma mia. Ach. Ich sag' ich glaube ich... Boah, wir haben doch irgendwo noch Kohle rumliegen. Irgendwo bestimmt. In irgendeinem Ofen. In irgendeinem Ofen. Ja, die Baumplantage. Gucken wir vielleicht... Da wo die Lavaquelle ist, können wir jetzt die nächste Baumplantage ins Zimmern. Da ist schon ne Baumplantage. Ist immer auf die Welt geachtet. Ja. Ich weiß. Aber... Du weißt wie ich das meine mit der Baumplantage jetzt. Ne, ähm... Ne, weiß ich nicht. Ne, ähm... Etwas bessere Ebene. Kann man hier noch raus? Guck mal, guck dir mal unsere ultimative Baumform auf. Die geht doch gar nicht besser. Guck dir mal diesen Cobblestone an und dann noch diese Erde. Und die Fackeln daneben. Das geht doch gar nicht hübscher. Ja. Ich weiß aber wie ich das meine, dass wir noch... Diese wohlgeformten Setzlinge. Dein Traum. Ich hab'n Schleim gesehen. Du bist ein Schleimer. Dumm, 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 dumm. Okay, ich hab' noch Kohle. Dann bring' ich dir die jetzt mal mit, ne? Ja, mach daraus wackeln direkt. Dann gehen aber Sticks dafür drauf. Ja, wir haben jetzt den Timber-Mot drauf. Das ist doch eigentlich... Da haben wir doch keinen Holzmangel mehr. Müssen wir mal warten, bis das wieder fertig ist. Und dann müsste ich wieder... Die Sekunden, die wir warten müssen. Das sind schlimm. Das ist... Das ist meine Lebenszeit. Ja, das ist meine Lebenszeit. Wenn ich runterfalle, geht's viel verloren. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Von den Materialien wär' ich traurig. Bei der Mangel an Materialien, die ich immer mit mir rumschleppe... Ja. Bei dir ist das immer so, ey. Ich schlepp' das ganze wertvolle Zeug immer mit mir rum. Nee, das hat... Siehst du nicht, dass hier ne Treppe noch unten geht? Nee, hab' ich nicht gesehen. Ach, so kann man das... So, ich brauche... Dass ich das im Leben sagen werde. Ich brauche Cobblestone. Ach, ich hatte noch Kohle mit. Oh. Aber ist egal. Jetzt hätte ich mir mehr Zauber bekommen. Ich hatte Kohle mit, aber keine Sticks. Ich hab' mein ganzes Holz verbraten. Tja. Ich hab' äh... Zaun. Richtig viel. Ja. Was wirklich gekommen ist, denn ich hab' auch keine. Weil ich wollte... Ja, mein Spitztag hab' ich wohl verloren. Ja, weil du... Wolltest unbedingt wissen, was unter, ähm, der Insel ist. Warum muss ne Spinne und ein Creeper auf unserer Brücke rumlaufen? Ja Wenn hier gleich ein Stück Brücke fehlt. Meine Gute. Nooo, nicht die Seite! Mach nur Womme. Wir haben zwei Betten. Was kann hier? Also für mich jedenfalls. Da kann man so machen. Nein, immer noch falsch. Das war eine Treppe. Ja, eine Treppe, komm, gucken wir. Ja, wir müssen das um einen breiter setzen. Ja, das hier Ding. Ja, mir kommst du noch. Wir haben noch keinen. Zurzeit haben wir keinen nirgendwo mit. Ach, Apegee. Apegee Science. Das passt zwar nicht zur aktuellen Situation. Hier überall Monster rum spawnen, ja. Scheiß drauf. Ich glaub, ich verbrat' viele Fackeln, oder? Das tust du immer. Das ist schon bei mir zur Gewohnheit geworden bei dir. Bleib mir schon dran gewöhnt. Dass du mal in den Höhlen mit Fackeln um dich schlägst. Ja, besser als dein, dass dein Monsters... Das ist immer hier auf der Insel, dass man das da mit Fackeln nicht... ...nicht spaßt. Ah, ich hab noch Cobblestone ein bisschen. Ja... 36. Müsste reichen. Zauntors sollten wir bauen, Druckplatten. Ja, Zauntors schon. Aber Zauntor, ich hab jetzt... Du hast ne Axt... So, du hast ne Axt mehr. Ah, ich hab ne Axt und ich will den Simmermord. Äh, äh, äh. Hast du Pech gehabt? Ist ja gut, ey. Ich hack ja schon. Aber die Baumfahrung ist ja noch nicht fertig, ey. Ich hab ja auch nix davon. Hier muss auch Zaun drauf. Ich hab keine Fackeln mehr. Ah, ich hab jetzt nen ganzen Stack verbraten. Ja, was tust du das auch? Ehrlich mal. Na ja, das reicht noch nicht. Ach, ich hatte noch Holz mit. Wow. Was hast du eigentlich nicht mit? Gleich hast du auch noch, ich hab noch Cobblestone mit. Oh. Ne, Cobblestone hab ich nicht mit. Guck mal genau... Oh, das war mir einfach halt schon genau. Doch, ein... ... habe ich mit. Irgendwie hat sich da die Sprachtextur irgendwie... Ein, äh, äh, was hast du mit? Ein... ... komischer Strich. Ein... ... Buckel S F K I A S 13, hab ich mit. Ach so, ja, das ist, äh... Also du machst so Science Fiction Sprache, oder was? Ne. So steht Key... K X K R L 63 5 B, oder was? Nein, der stand beim Key, so... Irgendwas, was ist... Der steht ja bei allen meinen Eatons, fällt mir grad so auf. Geil, ey. Ja, aber bei Tumani-Items steht das dann nicht komisch. Das ist ja auch deine Sprachtextur. Ja, Tumani-Items übernimmt die Sprachtextur. Tumani-Items ist ein Mod. Tumani-Items ist ein Mod. Ja, aber da steht ja auch genau, so wie ich mein... Es tut mir leid. Sollte es auch. Ja, ganz ehrlich, die Ducken-Taste nicht losgelassen. Das ist ja das Komische. Ich hab das hängt von den Treppen irgendwie zusammen, ist das nicht so gut. Ist das nicht konfrontiert oder so mit der Ducken-Taste? Dann kann es sein, dass die bei den... Also das kann ich schwören, die hab ich nicht losgelassen, die Ducken-Taste. Bei mir läuft grad Naruto-Musik. Kannst du dich interessieren, Salze? Ne, es interessiert mich grad relativ wenig. Aber was sie läuft. Das ist doch wichtig. Dann hake ich die Bein ab, wenn sie läuft. Richtig schlimm, fang der Monatmusik, dass der einfach mal so läuft. Ähm, also ich hab jetzt ein Problem. Also wenigstens ist immer ein bisschen mehr in Metall aufgeräumt. Das kann mir... Aber, ähm... Ich brauche jetzt... Ey, jetzt ist er nicht mehr aufgeräumt. Ich brauche jetzt eine Spitzhacke und ich brauche dann Holz. Und ich brauche... Dann kann ich ja Koppels da machen. Das ist ne Axt. Ja, hüh, hake, hake. Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, meine Spitzhacke hab ich die doch grad ge... Da liegt die auf der Treppe! Oh. Da. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hack mal auf der anderen Insel, oder? Besser. Dann kann ich Terraforming machen. Ja, wenn auf unserer Hauptin... Da kommt drauf an. Hier... Hier die Decke kannst du ein bisschen abreißen. Das ist ein großer Slime. Ja, hab ich... Du kannst mir aber auch ein Schwert geben, wenn du willst. Ja, soll ich denn ein Schwert geben? Ein Schwert habe ich nur eins mit. Ja, egal. Kannst mir trotzdem geben. Du bist hier auf der sicheren Seite. Wieso? Warum ist hier irgendwie so dunkel? Ah! Ja, voll deswegen! Du solltest du mir dein Schwert geben. Scheiß. Tschüss! Hau ab! Ah, hinten ist ein Slime. Den will ich mit mich umbringen. Mein Güte, du bist immer noch nicht tot. Töten! Töten! Hm. Auf die Erfahrungspunkte kann ich ruhig scheißen. Auf Pfeil und dem Knochen ist eigentlich in Ordnung. Slime. Jetzt werde ich aber nicht mehr runter. Zwei Sekunden später! Niiiirooooo. Vorteil bei Slimes? Die kommen nicht in jeder Ecke rein. Komm Spinnen auch nicht. Slime! Slime! Pass auf, da kommt ein Creeper! Hinter dir! Hinter dir!